Hallo Freunde, sehr herzlich Willkommen zurück zu Sportland in Deadhaven. Oh mein Gott. Ich glaube ich will kein Geld für was auch immer ich gemacht habe. Oh, ich weiß was die Bezahlung ist noch nicht. Oh mein Gott. 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 Ich weiß nicht, was ist der Mannschaftler? Genau! Ich, Doktor Ned mit N, nicht mit Z. Ich habe einen neuen Bill erschaffen. Ich hatte keine Zeit ihn präzise und neu zusammenzusetzen. Ich habe nur ein paar neue Teile und Ausbesserungen am alten Bill angebracht. Es ist also kein neuer Bill oder Franken geworden. Eher ein Franken-Bill. Es ist eine Notlösung, aber es scheint zu gehen. Also her damit! Ah, toll. Ah, jetzt ist er da. Ah, Frankenbill. Ich frage mich nicht, die Herkunft ist ja kein Problem, ne? Ah, ich frage mich. Ich frage mich. Werner. Der Typ ist echt irre. Säure Rest ist noch dazu, es kommt jetzt gut gebrauchen. Wer braucht schon einen richtigen Arzt, wenn er meine Apparate mit diesen unheimlichen Nadeln hat? Das haben wir hier noch zu erledigen. Oh nein, noch ein Kammikarzt, der Zombie. Okay. Ja, was hat die? Okay. Oh Gott. Einen Schuss für zwei Sekunden ist nicht gut. Okay, wir nehmen jetzt erstmal. Oh, du bist auch echt teuer. Bist du übrigens nicht. Ah, der nächste Level, was schon auf dem Weg sind. Können wir es auch schon verwenden. Komm her. Komm, komm. Okay. Was wird es dann ernst? Was sollen wir denn damit machen? Nein. 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 Oh, was? Ah. Das wird das dann überhaupt nicht verstecken. Nein. 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 Die Schmerzen sind in der Abwehr. Sie müssen die Schmerzen nicht mehr überprüfen. Sie müssen die Schmerzen nicht mehr überprüfen. Sie müssen die Schmerzen nicht mehr überprüfen. Die lehme, dann sehen wir uns nicht so gut, ey. Shit. Weg, ne? Äh, ich muss ja auch. Okay, ne kleine Fisch noch aufs Pause. So, noch nicht vorbei. Wunderlich losgeschickt, ich habe mich darum geköpft und das Ding kommt gleich weg. Mann, man läuft und läuft und kommt aber nicht vom Schreck, das ist immer ganz besonders leid. Ich möchte doch auf Brand umschalten. Ich sehe ihn auf dem Radar. Gleich ist er da. Denken Sie daran, während du bist, dass du bist, dass du bist. Segen Sie, ich habe doch gesagt, wie du bist. Aber da kann ich noch nichts sehen. Das ist weggegangen. Was ist das Ding hier? Oh, oh, oh. Oh, oh oh. Eine Brüchlebuchlandung. ...und zwar nicht nur anbestellt, wie sich wegen ihre Metzahler-Monifizktionen danken, zu einem Gewandlauch, die nicht vom Jacobs hergestellt wurden. Viertuell, sollten Sie aus mit dem Leitspruch der Flom erinnern, Wenn das Kenny Jacobs ist, dann wähle ich Wattrund. Dann drehen Sie mit gutem Ballspiel voran. Maribahn-Waffen, verschieße Nürnbisse als die des stärksten Konkurrenten. Eine schlechte Atlas. Furchtloser Zandyskiller! Auf dem schweißen Brett in Jehobskauf sind neue Mission-Waffen-Bahn! Ben! Ben! Genug! Genug! Ich will euch tun's auf dir wieder! Hoffentlich! Ben! Aufmermen! Du warst ausgesprochen hilfreich! Wir brauchen dich nur noch ein ganz kleines bisschen. Ein einfacher, vorsätzlicher Mord. Und schon kannst du dich auf den Weg machen. Kinderleicht! Dr. Matt ist zu einer Last geworden. Kümmere dich um die Last. Und wir räumen auf und machen das Sägewerk wieder funktionstüchtig. Es will Kuchen mit Soße. Und damit meine ich tonnenweise Geld. Pass auf dich auf! Oh! Fast vergessen! Du brauchst dieses Ding, um die Zugmucke zu senken! Ich ziehe! Ich ziehe! Ich habe wieder die Schrottwaffen bekommen. Ja! Tork, vereint gutes Schadenspotenzial. Hohe Feuerraddell und Rangstossdämpfung in einer örtlichen Waffe. Okay, was haben wir denn jetzt noch so zu tun? Okay. Ah, genau. Jetzt schalken wir dann eine weitere Dingfeier. So, ein weiterer Verkaufsautomat, der, glaube ich, ausschließlich Jacobs Waffen verkauft oder so. Nee, doch nicht. Okay, das ist die Regenerierte Munition. So. 552. 541. 0,5. Sehr gute Genauigkeit. 0,4 schießen. Noch weniger, ne? 7 x 236 Ach, wir können da nicht mithalten mit 9 x 92 Das hatten wir auf jeden Fall erledigt Auch wenn es nichts gebracht hat Nur noch 2 Quests, oder? Dann wollen wir mal Da drücken wir nicht drauf Machen wir uns mal auf den Weg zum Showdown Hoppla Fuck 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 Und irgendwelche Komiker sind hier unterwegs gewesen. Also irgendwie ganz passend für die Story zu solchen Teenager, die in Horrorfilmen abgemuchst werden. Hütet deine Weichteile vor den Schergen, die ich nach dir geschickt habe. Boah Skaggy, du glaubst nicht was mir passiert ist, die Mysterymaschine ist kaputt. Ja, ich weiß, das ist nichts Neues, aber ich hab nur stattgefunden und da war irgendwie niemand. Dann hab ich den alten Doktor getroffen und der hat gesagt, da werden Zombies im verwunschenen Wald. Er war ein netter alter Mann, da hab ich gedacht, dem helfe ich. Der braucht schon den Rest der Gang, oder? Okay, das war aber keiner von denen. Komm zu Doktor Ned, und nicht aufs Sterbebett. Oh, nicht schlecht. Hohe Säureresistenz, okay, das kann so schnell keiner toppen. Wieder mal der Schild, der echt was bringt. Wer braucht schon Doktor Z, wenn es Doktor Ned gibt? Ich bin nicht gerade noch irgendwoher. Zeig den jetzt, was alle Feuerkraft ist. Da lang gehts. schwer Arärte. Aber wenn nicht. spreading terminology. Kim? Ich weiß nicht, dass ich wieder von ihm bin. auch die 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 das Das ist soweit. Das haben wir. Ein neues Sniper, ein neues Sturm Rear. Ja also damit kann man arbeiten. Damit kann man echt arbeiten. Was ist mit dem hier? Ok, der Singladen ist weg. Endlich mal wieder brauchbare neue Waffen. Genial. Wenn Sie sparen müssen, ist Tidior die richtige Wahl. Gehen wir zu diesem ganzen Schrott her. Come back, come back, come back, come back. Wuuuuh. 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 Wuuuh. Wuuuuh. 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 Wuuuh. Wuuuuh. Was hast du denn gemacht? Hahaha. Du hast nicht mehr hinter dem Spawner. Was? Das gefällt dir nicht? Das war's dann noch für diesen Part. Ich werde mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.